Das kommt dabei heraus, wenn man sich in einer Kolumne darüber beklagt, dass es momentan keinen Straßenwahlkampf mit Geschenken gibt. Die Kandidaten kommen ins Studio und bringen mir wunderbare Sachen mit. Also ich habe einen Schwamm, ich habe was zu zeichnen, ich habe was zu essen und zu trinken. Aber warum waren die Kandidaten im Studio? Zur Aufzeichnung unseres großen Specials von Frank und Freibeweg zur Oberbürgermeisterwahl in Wetzlar. Und wir laden euch ein zur Sendung am 18. Februar um 19 Uhr hier auf diesem Kanal.